Hallo, in diesem Video erkläre ich Ihnen ganz ausführlich das neue CodeSys Lizenzmodell. Ich möchte Ihnen einige Faustregeln und Praxistipps an die Hand geben. Sie werden erfahren, wie Sie die richtige Lizenz finden können und wie Umfang sowie Funktionen der Lizenzen genau aussehen. Applikationsbasierte Lizenzierung. Das ist das neue Lizenzmodell der CodeSys Group. In diesem Modell basieren die Lizenzpreise auf der Anwendung, die auf der von CodeSys SoftSPS unterstützten Plattform läuft. Sie sind also unabhängig von der Hardware. Je nach Umfang der Applikation wird eine entsprechende Lizenz benötigt. Warum haben wir dieses neue Modell eingeführt? Das erfahren Sie rechts oben in dem Video in der Infocard. Wenn Sie Ihre Applikation bereits entwickelt haben, dann können Sie deren Umfang in CodeSys auslesen. Laden und kompilieren Sie Ihre Anwendung, öffnen Sie das Geräteobjekt und klicken Sie auf die Registerkarte Software-Metriken zur Lizenzermittlung. Ab ServicePack 20 können Sie hier die passende Lizenz auslesen lassen. Für diesen Fall kann ich Ihnen einige Tipps geben, die Ihnen helfen, die passende Lizenz für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Im CodeSys Store gibt es eine Übersicht über die verschiedenen applikationsbasierten Lizenzen. Wir empfehlen Ihnen, die möglichen Kategorien von links nach rechts und von oben nach unten zu prüfen. Benötigen Sie beispielsweise Ethernet-basierte Feldblöße mit 800 Ein- und Ausgängen, so ist Control Standard M die richtige Lizenz für Sie. Die in den Lizenzen erlaubte Codegröße spielt in den meisten Fällen keine Rolle. Es ist ohnehin darauf zu achten, dass die Lizenzgröße nicht gleichbedeutend mit der Applikationsgröße nach dem Kompilieren ist. Denn zum Beispiel sind die von CodeSys bereitgestellten Bibliotheken nicht in der Codegröße enthalten. Ohne gültige Lizenz ist die Laufzeit der SoftSPS-Systeme zeitlich begrenzt. Das heißt, nach Ablauf der Laufzeit werden sie automatisch beendet. Dann ist ein manueller Neustart erforderlich. Sie können Ihre Applikation mit allen Features im CodeSys-Development-System entwickeln, im Demo-Betrieb testen und anschließend die Software-Metriken für die benötigte Lizenz auslesen lassen. Falls Sie größere Projekte mit dem CodeSys-Development-System entwickeln, könnten Sie Ihre Applikation auf der größten verfügbaren Lizenz testen und entwickeln. Und dann für die Serienfertigung kaufen Sie die passenden Lizenzen. Sollten Sie nach dem Kauf der Lizenz feststellen, dass Ihre Lizenz doch zu klein für Ihre Applikation ist, dann können Sie diese natürlich problemlos erweitern. Der Preis des Upgrades entspricht der Differenz zwischen der bestehenden Lizenz und der Lizenz, zu der aufgestockt werden soll. Sie haben also dadurch keinen finanziellen Nachteil. Es gibt mehrere Faktoren, die den Umfang einer Applikation bestimmen, die sogenannten Software-Metriken. Die genauen Beschreibungen der Metriken für die Runtime-Lizenzen können Sie unter diesem Link nachlesen. Wir stellen den Link auch in der Videobeschreibung zur Verfügung. Eine der Metriken ist die Anzahl der Feldbus-Instanzen. Kurzus unterstützt Feldbusse wie CanOpen oder Modbus. Ebenso Ethernet-basierte Feldbusse wie EtherCAT oder Profinet. Mit Instanz sind sowohl Controller- bzw. Main-Demices gemeint, als auch Geräte- bzw. Sub-Demices. Dabei ist zu beachten, dass Geräte, die mit einem Controller verknüpft sind, nicht mehr als Instanz gezählt werden, sondern nur der Controller des Stacks. Feldbus-Gateways werden als eigene Instanz gezählt. Eine weitere Metrik ist die Anzahl der im Code verwendeten bzw. gemappten Ein- und Ausgangskanäle. Beim Mapping von komplexen Datentypen wie Arrays wird die Anzahl der Sub-Elemente mit Basis-Datentyp, z.B. Integer, gezählt. Wichtig ist, dass Sie die Option Variablen immer aktualisieren deaktivieren, da ansonsten alle Kanäle unabhängig von der Zuordnung berücksichtigt werden. Die Funktion Dynamic C-Code ermöglicht die Integration von dynamischem C-Code. Möchten Sie extern implementierte C-Code-Funktionen zur Runtime hinzufügen, dann kommen die Basic-Lizenzen nicht infrage. Ein weiterer Faktor ist die Nutzung der Multicore-Unterstützung innerhalb der Task-Konfiguration eines CodeSys-Projekts. Diese ermöglicht die manuelle Verteilung von IEC-Tasks auf verschiedene Kerne der CPU. Die letzte Metrik ist die Größe des Benutzer-Codes. Wie bereits erwähnt, ist diese Größe nicht gleichbedeutend mit der Gesamtgröße der kompilierten Applikation. Bewertet wird die Größe des von Ihnen programmierten Codes und der selbst erstellten IEC-Bibliotheken. Standard- und Systembibliotheken sowie Kommunikations-Stacks der CodeSys GmbH werden nicht gewertet. Die maximale Code-Größe einer Lizenz sollte also bei herkömmlichen Applikationen in der Regel kein Problem darstellen. Nur Code, der mit dem in CodeSys integrierten IEC-Compiler kompiliert wurde, fließt in die Berechnung ein. Wir werden in diesem Video nicht genauer auf die Metriken der Zusatzoptionen eingehen. Wir verlinken Ihnen die Erklärungen zu den Metriken in der Videobeschreibung. In diesem Fall wenden Sie sich gerne an unser Sales-Team unter sales-at-codesys.com. Dies gilt selbstverständlich auch für alle weiteren Fragen bezüglich der Lizenzierung. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Kommentar oder über einen Daumen nach oben freuen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Zgraab 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 Z63umn Zims Zgraab Zitations